Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest in die Ruinen anzunehmen bei Rannan-Korren. Immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Und ich lege direkt auch schon los. Nun geht es in diese Richtung und wir müssen hier hinein. Hier sind auch Gegner, ich habe versucht denen auszuweichen. Hier wird auf uns gewartet. Quest ist abzugeben bei Rannan-Korren. Immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.